Lass beide überraschen, Leute. Eins, zwei, drei. Der Kühlschrank ist leer, dein Spaß schreien. Au, ich schau zwei Wochen, kein Schmiss in deinem Bauch. Letztlich englisch her, ich bin nicht echt biet. Auf der Bank krieg ich sogar so kleine Rendite. Gestern hätte ich auch noch meine Mutter und vor der Tür stelle exekulat. Und ein Wort, die Lage ist fatal. Er hilft nur eins. Ein Banküberfall. Ba, ba, Banküberfall. Ba, ba, Banküberfall. Ba, ba, Banküberfall. Ba, ba, Banküberfall. Ein Gemahme Sturm vom Bar, was steht vor der Bank, unser Kühl aufwand. Ein Füller in meine Stadt anrufen. Denn ich kann kein Gut singen, darum muss ich fluchen. Wer ist denn das da? Martin? Ich sage jetzt oder nie, Herr mit der Mariener Gäste, ich schaue mich an uns, was klar gibt's. Ab Hunger und nur zu kleinen Leere. Ich bin ne böse, kann es nicht mehr. Das hier sein Kleid, das fällt dir ein. Ein, mein Gehu, sei dich. Und zwar, ich sage es einfach. Ba, ba, Banküberfall. Ba, ba, Banküberfall. Ba, 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 Banküberfall. Das Böse ist im Urn. Wie überhaupt. Warum haben wir ein Lager Seelen gemacht? War ein Hunderball? Ja, das ist fisch. Ja, war ein bisschen chaotisch, haben wir das hier, hört er zu. Wunderbar. Hubert, ihr müsst euch mal von der ersten Algemeine, oder was ist es? Da haben wir auch einen schönen Titel dazu, da hat man was raus. Den Gong. Genau. Und das sehen wir uns nachher. Okay. Alles klar. Alles klar. Ja.